Hallo zusammen, hier ist euer Jörg Langer, euer Taschenfreak. Ihr Lieben, das Jahr ist rum. Ich habe es in der Weihnachtsverlosungsvideo oder in dem Beitrag schon gesagt. Was ein krasses Jahr, oder? Also, was 23 alles passiert ist. Ihr möchtet gar nicht drüber nachdenken. Alleine, was es mich kostet, dass es hier im Raum warm ist, bei den Gaspreisen, bei den Strompreisen, dass ich hier noch Licht anmachen kann. Was ein Luxus. Lange Rede, kurzer Sinn. Apropos Luxus. Ich möchte euch zum Beginn des neuen Jahres, zum Abschluss des 2022, zum Start 2023, was richtig Geiles schenken. Und ich bin mega, mega dankbar. Dankbar an Oberwert, mit dem ich dieses Jahr viel gemacht habe. Ich durfte viel testen. Ihr habt es in meinem Beitrag zu den Top 5 Produkten schon gelesen oder werdet es noch lesen in den nächsten Tagen vielleicht. Oberwert gehört schon zu meinen engsten Buddys, in Anführungszeichen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeiten, weil ich hinter deren Produkten und auch hinter deren Philosophie stehe. Ich habe Ihnen tatsächlich etwas aus den Rippen geleitet. Ein Artikel im Bett von über 500 Euro. Harry & Sally nagelneu. Hier ist das Schildchen noch dran, hier ist der Schlüssel noch dran. Harry & Sally in der Farbe Espresso. Die kleine, schicke Tasche. Die gibt es schon in blau und in schwarz. Auch auf taschenfreak.de, auf meinem Blog, habe ich schon viel drüber erzählt. Auch mit einem selbst gebastelten Insert. Ich möchte euch die Tasche als solche gar nicht vorstellen. Ich möchte sie euch einfach nur schenken, weil das Jahr 2022 für viele von euch so, ich darf es nicht sagen, aber es so schlecht war. Das andere Wort mit SCH spare ich mir, sind es relativ YouTube wieder runtergelenkt. Ihr Lieben, das 2022er Jahr war für viele echt anstrengend und mühsam. Und dann, ich möchte euch was Gutes tun. Ich selbst, mir wird viel Gutes getan von den Herstellern. Ich darf oftmals die Taschen behalten zu meinem eigenen Nutzen. Manchmal verkaufe ich sie für einen guten Zweck. In der Regel geht alles, was ich an Einnahmen habe, irgendwo in Spenden hin. Ich möchte damit nichts verdienen. Ich habe hier meinen Spaß dran und ich hoffe, ihr merkt das auch an meinen Videos. Lange Rede, kurzer Sinn. Harry & Sally von Oberwerk. Tasche über 500 Euro. Feinstes Leder. Wirklich feinstes Leder. Schade, dass ihr es nicht riechen könnt. Es riecht so dezent. Es ist so edles Leder. Ihr kennt das. Mit dem Innenfach, das herausnehmbar ist. Richtig schicke Tasche mit den Königin Charles oder König Charles Ohren. Früher habe ich immer Prinz Charles Ohren gesagt. Mit Handbuch, mit Ersatzschlösschen. Mit allem, was dazu gehört. So wie ab Werk mit Schutzbeutel. Im Werk von über 500 Euro. Geht an euch. Ihr müsst nichts Großes tun. Lediglich auf Taschenfreak.de unter dem Video. Wenn ihr es auf YouTube schaut, steht unter dem Video in den Kommentaren der Link zu Taschenfreak.de. In diesem Blogartikel. Einfach reinschreiben, wo ihr diesen Artikel. www.taschenfreak.de, Blog, bla bla bla, Harry & Sally, Neujahrsverlosung. Wo ihr den geteilt habt. Das Ganze macht ihr bitte bis 12 Uhr am 1. Januar. Denn dann werfe ich die virtuelle Lostrommel an. Und einer von euch, der seine E-Mail-Adresse hinterlassen hat. Und der in den Blogbeitrag, in den Kommentaren unten reingeschrieben habe. Ich habe es auf Snapchat mit der Oma, auf WhatsApp, in der Fotogruppe, wie auch immer geteilt. Ich habe es dem und dem erzählt. Der ist im Losttop. Wichtig ist, ihr müsst weitererzählen, dass es hier was zu gewinnen gibt. Und schon seid ihr dabei. In der Hoffnung, dass ihr irgendwas Soziales getan habt. Die Tasche kostet 500 Euro. Tut irgendjemandem anderen, für irgendeinen von euch definierten Wert, irgendwas Gutes. Und wenn es nur eure Zeit, eure Energie, euer Herz ist. Macht was Schönes. Und das ist das Ziel von dieser Verlosung. Habt Spaß. Macht mit. Kommt in die Lostrommel. Harry & Sally, Oberwert und Firma Oberwert. Danke. Ich freue mich auf 23 und ich hoffe, wir arbeiten weiter gut zusammen. Hier war euer Jörg Lange und auf ins neue Jahr. Habt Spaß. Gutes Licht. Macht's gut. Danke euch. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020